Hit-Radio FFH. Anke's Tanke. Für mich noch ein Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, wenn das mit dem Wetter so weitergeht, machen die Erzgebirgsschnitzer dieses Jahr das große Geschäft mit Beach-Club-Weihnachtsgrippen und Flip-Flops-Räuchermännchen. Wer sich jetzt noch eine Jahreskarte fürs Freibad kauft, macht keinen Verlust. Der Trend 2024 wird bestimmt der Halloween-Bikini und St. Martin teilt dieses Jahr halt seine Badehose. Einmal die Vier und einen Glühwein mit Eis würfeln. Momentchen mal bitte. Stefan, wenn's nicht bald kälter wird, haben die Motten auch den letzten Rest meiner Herbstklamotten gefressen. Ach, den Hochsommer wird man fast so schwer los wie Wespen und Donald Trump. Also mit Beginn des kalendarischen Herbstanfangs am 22. September sind auf der Nordhalbkugel in den kommenden sechs Monaten die Tage kürzer als die Nächte. Stefan, das Wort Übergangsjacke kann man jedenfalls getrost aus dem Duden streichen. Bei uns Autofahrern interessierst du dich doch eh nur fürs letzte Hemd. Mach mal 1.873 Euro, sammeln sie 8x4 Punkte, haben sie eine Axtcard oder sind sie im Hot-Stewart-Club? Nein. Dann Tanke schön. Bitteschön. Anke's Tanke bei Hitradio FFH. Die neueste Folge, morgen Frühjahr um 5 nach 6 in Guten Morgen Hessen.